Mahlzeit, meine lieben Freunde. Mit der gepflegten Unterhaltung. Geule hat man wieder rausgefunden, wenn die Zeit mal gar nicht rumgeht und es total langweilig ist, ihr euch noch 5 Minuten, 10 Minuten zum nächsten Daily oder so, Weekly oder zum Reset vertreiben müsst. Die komischen Ventilatoren hier. Das hat mir jetzt meine Flügel-Kutte angezogen. Aber egal. Da bin ich dann zufällig hier rumgehüpft, war ein paar Scannables gesucht und hab dann das hier gefunden. Zack! Ich dachte, das zeige ich euch einfach mal. Und ich habe es, wie gesagt, noch in keinem YouTube-Video, in keinem Stream, habe ich gesehen, dass die Leute das hier gemacht haben. Ich tituliere mich einfach mal als den Founder von diesem Scheiß da unten. Und ja, warten wir mal ab. Ich werde hier noch ein paar mal rumhüpfen, bis hier mehr Leute sind sie halt sehen. Und ich wette mit euch, heute Abend nehme ich auf, dass hier, keine Ahnung, 20 mal hochfliegen oder so. Vielleicht nicht ganz, aber werden es schon ein paar mehr sein, ey. Klappt das auch direkt von hier oben? Äh, nein. Aber von hier. Äh, äh, nein. Manno! Ich hab was wirklich nur von dem Scheißding hier aus, ey. Komm, einmal noch heute. Juhu! 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 Flieg! Juhu! Tada! Na, da fliegen zu wenig Leute mit. Auf jeden Fall dachte ich, ich zeige es euch mal. Bis dann! Shouldaft. Copyright Untertitel. songensiviert. election theme